Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf DalliWareTV. So, ich habe so einiges zusammengepackt und bin jetzt zu unserer alten Base rübergetingelt, weil ich hier eigentlich abreißen wollte und jetzt kriege ich hier gerade so eine mega Welle rein. Jetzt gucken wir mal, wie gut die Base sich schlägt. Also gar nicht, ich muss hier weg, die macht bumm. Ne, doch nicht. Ah, doch, es geht aber. Es gibt Schlimmeres. Ich fange schon mal in Ruhe an abzureißen hier oben. Irgendwo hier war noch so ein Lämpchen. Und das Pendel kann auch schon weg, brauchen wir nicht mehr. So, perfekt. So, das Problem, was wir natürlich mal wieder haben, ist Thema Sprit. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier anfange abzureißen. Eigentlich wollte ich euch hier gar nicht dazu holen, aber dadurch, dass jetzt diese dicke Welle reinkam und ich schon wieder null Sprit habe, habe ich gedacht, vielleicht kriege ich über diese Station hier Mugmaterialien zusammen, um hier meine Werkbank aufzuwerten, um dann noch ein bisschen Sprit herzustellen. Denn jetzt fehlt ein einziger Ziegel. Das sollte kein Problem sein, dem er beiseite geräumt ist. So. Und dann kriegen wir hier noch ein Ziegel zusammen. Den Rest baue ich dann definitiv auf Screen ab. Ich wollte jetzt nur einmal kurz, weil ich habe noch aus ein paar Fässern so ein bisschen Zeugs bekommen, dass wir noch ein bisschen Sprit herstellen können. Ich hoffe, dass das jetzt dann auch langt. Aber so viel ist es auch nicht, ne? Wir waren bei 41. Mah. Ist nicht der Burner. Definitiv nicht. Inventarplatz genügt. Wir sind ja eigentlich zum Scouten da. Ich check nochmal. Da geht es schon los. Jetzt fehlen zwei Plastik für den Jetski. Kann das denn sein? Eigentlich doch nicht, oder? Dafür brauche ich Baumharz. Habe ich nichts. Habe ich hier nochmal drum fliegen. Bisschen Stoff. Hier sind noch Angelköder drin. Die Antenne nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Die Schrotflittenmonie nehme ich auf jeden Fall mit. Und das Ding nehme ich mit, weil das brauchen wir. Sollte es nachher irgendwie stressig werden. Aber ich habe tatsächlich kein Harz. Wo kriege ich jetzt Plastik her? Aus der Schredder vielleicht? Ne, die brauchen auch kein Plastik. Ach, das gibt es doch gar nicht. Hau mal hier ein paar Bäume weg. Lass wir ein bisschen Harz reinbekommen. Wobei, warte mal. Einfacher wäre es doch einfach Autos abzuweisen, oder? Geben die nicht Plastik? Gummi. Eisenplatten. Ja gut, Gummi kann ich aber in die andere Richtung verwerten, wenn es sein muss. Schauen wir nochmal. Also ich hätte jetzt sieben Gummi übrig. Mal gucken, ob wir aus sieben Gummi zwei Plastik hergestellt bekommen. Wo ist das Gummi? Ah, schon wieder Sprit weniger. Nein, ich hatte nicht so viel Gummi. Drei Gummi musste ich jetzt noch machen. Was macht er für Sachen? So, jetzt reicht es aber definitiv, oder? Passt. So, dann ab die Post. Lkw lasse ich stehen. Sprit habe ich schon rausgenommen. Erstes Ziel ist hier vorne. Weil ich überlege gerade, macht das Sinn? Ist eigentlich scheißegal, ob ich jetzt hier lang laufe. Ne, ich laufe mal da hin. So, und dann laufen wir hier vorne die Straße runter. Nehmen unterwegs die Autos noch mit. So, dass wir dann ein wenig Sprit noch haben. Oh, Entschuldigung. So, und weiter geht die Reise. Da habe ich gerade einmal vernünftig gehoostet. Und hatte gedacht, ich habe das mitgemutet. Hat aber irgendwie nicht funktioniert, glaube ich. Da musste ich jetzt noch mal bei. Ja, Auto lasse ich soweit stehen. Wir laufen ruhig hier innen durch. Weil hier waren auch noch ein paar größere Fahrzeuge, die man looten kann. Zombies sind mir eigentlich relativ egal gerade. Ja, weiterer Vorteil ist, wenn wir jetzt in diese Richtung laufen, dass der Weg nicht ganz so weit ist zum Fahren. Ich hoffe, es hat nicht wehgetan. Besser sind mir egal. Das Öl kann ich so nicht verwerten. Oh, hier ist noch ein Truck. Den nehme ich natürlich mit. Zack, jawohl. Das waren noch mal locker zehn Benzin, dass wir jetzt hier durchgegangen sind. Das ist schon mal super. Wie, kommt man hier nicht mehr durch? Aber hier doch. Ja, so. Jetzt auf zum Wegpunkt. Getier lassen wir alle stehen. Okay. Okay. Und von da aus sollten wir dann eigentlich einfach rüber stolzieren können. Wie gesagt, es geht jetzt nicht großartig darum, irgendwas zu looten oder so. Ein paar Autos müssen wir auch auf dem Weg noch mitnehmen, damit ich wieder zurückkomme. Sondern Primärziel ist halt einfach drüben mal ein bisschen umgucken, wo wir die Base hinbauen können. Die finale Entscheidung, die wird natürlich im Stream fallen. Aber falls da keine Vorschläge großartig kommen oder die Leute sagen, ich soll es mir selber aussuchen, will ich zumindest vorher schon mal geschaut haben, was da los ist und dann nicht zwei Stunden da rum suchen müssen. Das war das schon mal haben. So, dann können wir uns eigentlich auch mal hier so ein Döschen gerade reinfuttern. So, da sind wir am Ufer angekommen. Ich hole euch schon mal dazu für Krokodile und was hier sonst noch so gerne rumrennt. Und dann machen wir uns gleich den nächsten Wegpunkt. Die Jetski-Fahrt machen wir zusammen, haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Das muss auch sein. Aber Krokodile gibt es wohl keine. So. Dann sind wir hier. 100 gute Stück einmal rein. Tanken mit unseren ganzen 65 Sprit. Und Wegpunkt setzen wir irgendwo hier, kümmert, glaube ich, an Landen. Zack. Und auf geht's. Ach, schön. Ah, okay. Er springt also immer noch aus dem Wasser raus. Weil das jetzt gerade schon fast ein bisschen nervig ist. Ich kann nicht mal geradeaus fahren, einfach. Das war doch vorher nicht so. Ich drücke jetzt wirklich nur geradeaus und sonst nix. Und er fliegt trotzdem ständig raus. Liegt das vielleicht an dem Winkel? Ja, Schienen an dem Winkel zu liegen. Also jetzt geht's. Zumindest teilweise. Irgendwas habe ich gerade platt gefahren. So, hier wäre die Brücke. Wir gucken uns als erstes mal das Hafengebiet an. Tank ist noch halb voll. So, und zwar, was mich da als erstes interessieren würde. Hier sind ja diese tiefen Stege, wo ja eigentlich große Frachtschiffe und so ein Kram anlanden dürfen. Was mich interessiert, ob es hier irgendwo einen Weg für mich gibt, aus dem Wasser rauszukommen. Ohne, dass ich selber irgendwas bauen muss. Da hinten scheint es einen Weg zu geben. Oh Gott. Also ich muss sagen, Jetski fahren ist gerade irgendwie eklig. Ich mache das nicht mit Absicht. Ich fahre wirklich nur geradeaus. Das ist irgendwie... Wie soll ich sagen? Ne, da ist auch noch ein Krokodil, Leute. Hält hier schon ein ganzes End mehr aus, als bei uns da drüben. Machen wir das einmal auf Seite. Und dann gucken wir mal... Halt, ich speichere mal einmal. Sisha ist Sisha. Komme ich hier raus. Ja. Okay. So, und das hier wäre doch eine perfekte Location eigentlich. Vom Platz her ist gut was da. Da vorne ist eine große Mauer. So, den LKW hier nehme ich gerade noch mit. Mal ein bisschen Sprit für die Rückfahrt hoffentlich. Ich glaube, hier sind nur Kanister drin. Ja, nehmen wir trotzdem mit. So. Jetski verbraucht fast nichts. Sollten wir also mit klarkommen. So, dann gucken wir mal. Also, hier könnte man vernünftig anlanden mit dem Boot. Würde ich jetzt behaupten. Ne, mit dem Großen. Wenn jetzt sagt, man will das große Boot nehmen. Ansonsten von der Mauer her scheint das hier wirklich eine massive Geschichte zu sein. Wollen wir das hier mal rein oder aufbauen davor? Kommt man nicht drauf. Okay. Schmeißt der Handgranaten. Jo. Dann wollen wir dich auch mal vorsichtshalber zur Seite. So, dann wäre die nächste Frage. Kommen wir hier irgendwie auf diese Container drauf? Mit ein bisschen mehr Anlauf vielleicht? So nicht. Irgendwas, was ich da nutzen kann. Ne, so geht's nicht. Ne, komme ich so nicht drauf. Würde gerne wissen, was auf der anderen Seite der Wand ist. Ich kann es jetzt gerade nicht unschätzen. Ich war ja erst ein einziges Mal hier. Hier müsste es gehen. So. Kommst du aber nicht hoch, ne? Ah. Okay, versuchen wir es anders. Ach, guck mal hier. Ah, okay, alles klar. Auf der anderen Seite der Mauer ist einfach nur Wasser. Das Boot da vorne sieht aus, als würde es schweben. Auch nicht schlecht. Okay. So, aber jetzt so vom Gefühl her würde ich doch sagen, das hier wäre eigentlich ein schöner Platz. Also das würde ich jetzt erstmal, wie gesagt, entscheiden tue ich mich jetzt hier definitiv nicht. Wir gucken uns jetzt erstmal nur um. Die Entscheidung wird dann im Stream gefällt, also quasi Sonntag. Und dementsprechend den räume ich mal gerade weg. Der wird nämlich auch gefährlich, wenn man ihn einfach ignoriert. Ah, ihr merkt schon, die Jungs hier halten eine ganze Ecke mehr aus jetzt. Und ich spiele auch noch auf Herausforderungen. Ich werde mir auch gerade aufbauen. Oh, nicht losblitzen hier. Jawohl. So, haben wir. Schauen wir mal, was haben wir hier hinten? Das ist so eine Lagerhalle mit Paletten drin. Da kann man jetzt nicht so viel anstellen, denke ich. Hier hätten wir noch einen Bauwagen. Komme ich da irgendwie drauf? Jupp. Also jetzt einfach so location-mäßig was, wo ich meine Base aufbauen kann. Sieht aber schon mal soweit ganz gut aus. Okay, also das hier wäre auf jeden Fall ein Spot hier irgendwo durch Fallenstraße. Ich denke mal, dafür würde ich dieses lange Stückchen nehmen. Die LKWs kann ich komplett wegräumen. Dann ist der Bereich komplett frei, wenn ich das richtig sehe. Die Dinger gehen nicht weg. Also hier das hier. Das kann ich alles frei machen. Dann hätte ich hier einen Riesenweg zum Laufen. Das heißt also, sie wären jetzt nicht komplett eingeschränkt, was ihren Laufweg angeht. Die würden halt immer von vorne kommen. Hätten aber durchaus die Möglichkeit, den einen oder anderen Schritt zu laufen. Und ich hätte auch die Möglichkeit, die Falle so aufzubauen, dass die Riesen halt auch einen vernünftigen Laufweg haben. Das ist mir nämlich auch wichtig, dass die nicht wieder den ganzen Tag auf irgendwelchen Fackeln rumprügeln. So, eine Sache, die mir jetzt auch gerade bewusst geworden ist. Ich habe keine Reifen eingepackt. Aber eigentlich wäre es ja viel schicker gewesen, wenn wir hier mit dem Motorrad auch durch die Gegend gejabzt wären. Aber funktioniert wohl nicht. Und auf Schiff kommt man auch nicht drauf. Aber das wollte ich nämlich einfach nur mal gucken. Vielleicht von oben irgendwie. Aber nach hoch kommt man bestimmt auch nicht. Sieht nicht so aus, als wäre es gewollt. Interessant. Offene Container. Also hier wäre auch reichlich Platz. Aber das Problem ist, man könnte sich hier zwischen den Containern was aufbauen. So verschiedene Zugangswege und so. Wäre auch eine interessante Möglichkeit, denke ich. So, gucken wir mal eben. Dafür bräuchte ich zwei Reifen, dass ich das hinkriege. War hier nicht irgendwo ein Parkplatz? Da hinten war, glaube ich, einer. Probieren wir jetzt mal schnell, ob wir eventuell noch zwei Reifen zusammenkriegen. Dann reiße ich nämlich Jetski weg. Ich hoffe jetzt nur, wenn ich den Jetski abreiße, dass er mir nicht einen Alubarren wegmacht. Das machen wir gerade noch zusammen. Wir rennen gerade noch mal rüber. Dann speichere ich nochmal. Dann reiße ich Jetski ab. Und dann gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Und wenn er mir den Alubarren wegreißt, dann kann ich ihn nicht abreißen. Muss ich ihn stehen bleiben. Äh, stehen bleiben. Genau, stehen lassen. Wenn der Alubarren aber... Eine Sache, die ich auch nochmal ganz kurz testen will. Ja, aber an einem Bereich, wo ich definitiv wieder an Land komme. Nicht jetzt auch unendlich schwimmen? Nein, das geht nicht. Gott, hier ist tief. So, schnell speichern. Erst Sprit rausnehmen. Ist ja noch fast alles drin. Ist ja Bombe. Abreißen. Mal gucken, was jetzt fehlt, um es wieder aufzubauen. War nix. Also Alu hat er mir nicht weggerissen. Vermute mal auch eine Eisenplatte, wie bei den Motorrädern. Anders andere wäre richtig fies. Zwei Reifen müsste ich auftreiben. Dann könnte ich das Cruiser-Motorrad bauen. Okay, dann würde ich sagen, wir haben ja noch genug In-Game-Zeit. Sehen wir uns gleich wieder, wenn ich auf dem Parkplatz unterwegs war. So, letztes Auto, was ich auseinandernehme. Den ganzen Parkplatz musste ich zerlegen. Ich habe jetzt gerade im letzten, also vorletzten Auto, das Ding bekommen, was ich haben wollte. Ich packe jetzt einfach mal irgendwo willkürlich den Punkt hin. Dann stellen wir das Motorrad auf. Und dann geht es endlich weiter mit der Reise, die wir geplant haben. Sprit habe ich dadurch jetzt natürlich erst mal mehr als genug. Das ist schon mal eine super Sache. Ich speichere jetzt auch noch mal, damit hier auch wirklich nichts schief geht. Und ab die Post. So, dann lasst uns mal gucken. Also, Hafen wäre Location Nummer 1. Kann ich hier stehen bleiben oder kriege ich gleich eine Nuss? Im Flughafen würde ich mir gerne noch mal angucken. Letztes Mal, als ich hier war, war es dunkel. Da war da nicht so viel mit gucken. Da lang, glaube ich. Fahr mal am besten. Und hier irgendwie durch. Ja, sieht gut aus. So, und zwar habe ich, glaube ich, beim Flughafen letztes Mal auch, bin ich einfach hier über die Leitbank drüber gefahren. Ich habe gar nicht den richtigen Eingang genommen. Das hier wäre der reguläre Eingang. So, und hier sieht es auch so aus, als wäre hier vorne ist der große Parkplatz. Und dieses gesamte Gebiet hier scheint mir auch eingezäunt zu sein. Jetzt weiß ich nicht, ob das Riesenabwehr wäre. Okay, hier ist auch ein Tor. Kann ich da irgendwas schließen? Letzt Mal gucken. Ne, da geht nichts. Okay, also hier wäre dann quasi ein Eingang. Hier wären die ganzen Hallen. Und hier ist natürlich mega viel Platz. Gibt es garantiert noch mehr Eingänge. Also das wäre, also Flughafen würde ich jetzt schon fast sagen, vom Optischen her, sieht für mich tendenziell so aus, als wäre das dann das Gleiche, als wenn ich im Freien bauen würde. Möchte mich da irgendwie rein. Ja, tatsächlich. Einmal kurz meine Linsen. Sehr detailliertes Cockpit. Finde ich cool. So, Entschuldigung. Bisschen Fotozeit muss auch zwischendurch mal sein. Und weiter geht die Reise. Okay, hier komme ich tatsächlich nirgends durch. Okay, also es ist ein Riesengelände, was komplett eingezäunt zu sein scheint. Bis auf vorne. Also ich könnte mir da Ausgänge bauen, aber die Zombies würden halt immer nur aus der Einrichtung hier vorne kommen. Entweder hier oder da hinten den Eingang. Das sind die beiden Eingänge, die sie nehmen könnten. Aber Bleche, muss ich sagen, ehrlich gesagt, ist mir doch zu groß. Ist der Parkplatz hier auch komplett dicht? Ne, da vorne komme ich durch. Okay. So, dann lasst uns mal weiter überlegen. Jetzt haben wir uns den Flughafen angeguckt. Ich würde sagen, wir gucken uns mal diesen Gebäudebereich hier nochmal ein bisschen genauer an. Diesen Block hier. Ob da irgendwo was ist. Also ich will schon was haben, wo ich ein bisschen was mit Mauern machen kann. Hier vorne wäre doch schon mal was. Die Mauer sieht doch schon genauso aus, wie die, die wir von der Polizeistation kennen. Hier gibt es auch ein paar Dudes. Sieht auch so aus, als wäre es nur der eine Eingang. Ne, hier vorne ist noch einer. Na gut, zwei Eingänge könnte ich auch mit Leben theoretisch. Würde ich einen so dick zubauen mit Wänden, drei, vier, fünf Stück hintereinander, dass die kleinen Zombies da gar nicht durch wollen. Aber ist halt schon ein Riesendurchgang hier. Weiter geht die Reise. Einfach mal so ein paar Spots angucken. Wir haben mal einen hohen Zaun. Anorama. Ist aber auch weitläufig offen. Da ist noch ein richtig hoher Zaun. Gucken wir, was wir hier hinkriegen können. Hier wären Automaten. Ah okay, aber die ganzen Bänke und so kann ich alle nicht wegmachen. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich dann alles auf Fundamente setzen. Finde ich auch blöd. Das hier sieht aus wie ein Platz zum Austoben. Schöner, großer Eingang. Das würde mir passen für die Riesen. Das hatte ich ja schon gesagt, dass ich da was machen will. Aber hier vorne kämen sie noch durch. Hier auch. Okay, also ich muss sagen, so wie es im Moment aussieht, die Luxusvariante, die ich gerne hätte, was scheint man nur auf den Hafen. Schmeißt schon wieder anderen Granaten. Was haben wir hier? Hier hätten wir auch einen recht großen Eingangsbereich. Eine schöne Freifläche zum Austoben. Und hier wäre noch ein Durchgang. Der ist aber auch wieder klein. Den könnte ich einfach zumachen, wenn ich das wollte. Okay, die Location merke ich mir auch mal. Das Zaun an und für sich sieht gut aus. Da kommen die Riesen auch definitiv nicht drüber. Okay, das heißt, hier hätten wir einen Eingang und hier müsste ich dann auch noch mal zumachen. Aber das wäre nicht das große Problem. Okay. Ich glaube, du bist ein Granatenwerfer. Ich will nur mal als erstes erledigen hier. Oh Gott, ich kriege richtig auch für Mütze. Dann merke ich. Alles gut gegangen. Sehr schön. Genau, also hier müsste ich zumachen. Das hier könnte ich als Eingangsbereich einfach behalten. Die Jungs dann so ein bisschen steuern. Und hinten das Ding könnte ich auch zumachen. Das wäre jetzt auch nicht das Riesendrama. Schauen wir mal eben. Wo sind wir hier? Hier vorne an der Ecke direkt. Ich mache jetzt mal die Wegpunkte weg, dass ich mir nach der Folge die Koordinaten so ein bisschen aufschreiben kann. Das dürfte das Gelände sein. Genau, also das wäre eine Location. Und das wäre eine Location. Die hier hätte Wasserzugang. Hier wäre es jetzt nicht so weit zum Wasser. Wäre aber auch was, wo ich das Boot wahrscheinlich nicht stehen lassen wollen würde. So, dann fahren wir hier nochmal ein bisschen weiter. Da vorne sehe ich schon wieder eine Riesenmauer. Großer Eingangsbereich da vorne. Oder ist das die, wo wir eben schon waren? Ah ne, hier ist wieder eine Polizeistation. Sieht auch gut aus. Und auch nur ein Eingang. Der ist in der ganzen Ecke größer. Gefällt mir. Oh, Backe. Hey, Kollege. Ja, ist eine ganze Ecke größer. Aber kann man was draus machen. Oh nein, da wirft der mit Granaten. Da wirft der einfach mit Granaten. Okay, jetzt muss ich kurz gucken, wo mein letzter Autosave war. Der Quicksave, den ich gemacht habe, als ich aufs Motorrad aufgestiegen bin. Ja gut, aber ist ja gar nicht so schlimm. Das können wir ja einfach für uns nutzen. Stimmt, so kann ich mir ja auch einfach Zeit erschleichen. Machen wir das einfach so. Ich habe ja jetzt nichts wirklich erreicht in der Zeit. Und so konnten wir uns ein bisschen mehr von der Map angucken. Auch leicht schummeln. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. So, da sind wir wieder. Man fliegt vom Motorrad runter, wenn man drauf sitzt. Jetzt. Okay. So, also jetzt kurz nochmal gucken. Wir haben den Flughafen gecheckt. Wir waren hier im Hafenbereich. Wir haben das Ding gecheckt. Und irgendwo hier war auch die Polizeistation. Ich glaube, das hier dürfte das sein. Lass uns doch jetzt mal direkt hier rechts rum. Oder wir fahren mal nach links. Gucken mal, was es da so gibt. Da war ich noch gar nicht. Dass es hier noch irgendwelche richtig coolen Sachen gibt, die ich noch gar nicht kenne. Und ich ärgere mich dann hinterher. Wie blöd. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es in diese Richtung noch Bücher gibt. Zwei Eingänge. Gut, kleiner Durchgang. Wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Okay, also das wäre auch ein geeigneter Spot. Das sind zwei große Durchgänge und ein kleiner. Die kann ich einfach zumachen. Dann ist das Thema auch vom Tisch. Und ich glaube, hier geht es jetzt. Gibt es noch eine City hier hinten? Oder wo fahren wir jetzt hin? Ich nehme mir da eine Brücke. Yo. Okay, machen wir gleich weiter. Wir sind ja eh in der Erkundungstour. Und wir haben jetzt ein bisschen Zeit geschenkt bekommen. Nutzen wir es? Oder ist das das neue Ende der Welt hier? Das sieht ja schon fast so aus. Nicht ganz so ausgelastet mit Autos. Aber Wir halten einmal an. Das muss ich schon mal angucken. Mal speichern nochmal. Ja. Hier ist das neue Ende der Welt. Okay, ich muss den Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall noch mal ein bisschen runterstellen, wenn ich hier im Gebiet unterwegs bin, weil die brauchen hier dann doch ein bisschen länger. Ja, das hier scheint das neue Ende der Welt zu sein. Sieht cool aus. So, einmal schnell geguckt. Fahren wir nochmal einen Meter weiter. Sprit haben wir jetzt mehr als genug erst mal. So, wenn hier irgendwo noch eine Straße links abgeht, geht aber nicht. Okay, dann nehmen wir einfach hier vorne die erste gleiche links rein und fahren da mal ein bisschen hoch. Telefonzellen ohne Ende. So, das ist die erste Location, die ich gesehen habe. Direkt daneben ist diese Logistics Location. Die haben wir sogar schon gelootet im Stream, glaube ich. Da war nämlich auch ordentlich was. Die auch nur einen Eingang. Ne, die hat zwei, so wie es aussieht. Ja, die hat zwei Zugänge und wer weiß, ob auf der anderen Seite vielleicht auch noch was ist. Mal kurz gucken, ob ich das jetzt hier die ganze Zeit um die gleichen Ecken fahre. Ne, wir fahren einfach geradeaus noch ein Stück. Eben sehen, da hinten ist dieses Panorama-Ding und da müsste dann auch irgendwo die Polizeistation sein. Mal kurz gucken, ob dahinter was. Genau, das haben wir uns jetzt alles angeguckt. Oder war das hier? Ne, das war hier. Hier ist die Polizeistation. Okay, genau. Also hier bin ich eben gestorben. Dann geht es hier weiter. Was haben wir hier für ein schickes Gebäude? Sieht auch ganz nett aus. Könnte eine Bank oder sowas sein, ne? Ich glaube, es ist auch so ein kleiner Innenhof, aber das ist zu wenig Platz. Das hilft uns auch nicht so richtig weiter. Was haben wir hier noch? Auch ein schöner, großer Platz. Ein großer, ein kleiner Zugang. Im kleinen könnte ich für mich nutzen. Hier könnte ich Base aufbauen. Und hier hätte ich reichlich Platz, um mich mit der Fallenstraße auszutun. Die Jungs, die Riesen, werden immer gezwungen, hier vorne herzukommen. Das heißt, ich könnte dementsprechend meine Verteidigung auch so auslegen. Und die Gebäude drumherum sind auch nicht so hoch. Das heißt, ich könnte da auch überall die Waffen draufstellen. Wäre auch eine schöne Nummer. Das ist ein sehr, sehr großer Eingang. Aber auch nur einer. Ach, schön. Also ich muss sagen, diese neuen Städte sind schon cool geworden. Definitiv. Ah, da sind auch mehrere große Eingänge sogar. Da müsste ich ganz schön viel zumachen. Wo fahren wir denn jetzt gerade hin? Ah ja, genau. Da wollte ich auch hin. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ach, alles so groß, großer Eingang. Da hinten ist noch ein weiterer Eingang. Laternenfall. Man sollte auch nach vorne gucken beim Fahren. Nicht nur zur Seite den ganzen Tag. So, aber ich glaube, hier links habe ich noch was gesehen. Vielleicht kriegen wir hier irgendwo links noch... Da geht es links rein. Da fahren wir auch nochmal durch. Das ist wieder so ein Riesenhoch aus. Das machen wir nicht nochmal. Keine Angst. Hier wäre Basketballplatz. Das sieht noch ganz brauchbar aus hier. Auch noch ein Eingang. Da fahren wir nochmal kurz rein. Und von vorne auch durch die Leitplanke ein bisschen geschützt. Das heißt, die müssen dann von rechts oder links reinkommen in den Bereich. Das sieht aus wie eine Sackgasse hier. Ach, hier ist auch noch ein Zugang. Ach, das ist die Feuerwehr, oder? Ne, das ist nicht die Feuerwehr. Das ist eine andere Feuerwehr. Da war ich noch gar nicht drin. Aber wäre auch eine Option. Wenn ich auch wieder einen Weg zumachen habe, würde ich wahrscheinlich diesen hier nehmen, weil der so derbe zugebaut ist. Und dann auf der anderen Seite den Weg nochmal hinsetzen. Oh, so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Okay, aber ich werde dann auf jeden Fall nochmal in mich gehen. und werde mir von den Optionen, die wir jetzt gesehen haben, zwei bis drei Stück aussuchen. Je nachdem, wie viele Vorschläge da von euch im Stream kommen. Und dann werden wir gemeinsam im Stream entscheiden, wo wir aufbauen. Und da wird das Ganze dann auch losgehen. Das hier sieht jetzt alles... Na gut, ist aber alles sehr... Ne, ist alles zu klein. Leider. Gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir uns diese Stadt dann nochmal im Detail angucken. Jetzt bin ich ja nur durchgerast, um mal zu gucken. Und sobald wir... Nee, Entschuldigung. Wir werden das nicht in der nächsten Folge angucken, sondern natürlich erst am Montag, Dienstag, je nachdem, wann wir dazu kommen, wie lange sich das Bauprojekt noch zieht. In der morgigen Folge wird es noch ein bisschen Basearbeit geben und dann die Horde Nacht. Also in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss! Tschüss!